Früher war das Rollenverständnis ein anderes. Der Mann hat gearbeitet, die Frau hat nach den Kindern geschaut. Inzwischen möchte die Frau auch einen beruflichen Weg gehen, berechtigterweise. Und damit wird natürlich der Kinderwunsch ein bisschen nach hinten verlagert, weil ja auch keine ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten während der beruflichen Tätigkeit wie in skandinavischen Ländern gegeben sind. Und damit ist man dann 35. Wenn man Pech hat, fehlt dann plötzlich der Partner und schon ist man 40 und das Problem des Kinderwunsches ist da. Die Frau hat bei der Geburt ungefähr zwei Millionen Eizellen und diese Eizellen bilden sich auch nicht neu. 450 Eizellen gehen durch Eisprünge verloren, der Rest baut sich ab. Und diese Eizellen leben 30, 40 Jahre lang. Der Körper schafft es, die perfekt gesund zu erhalten, aber ab dem Alter von 35 Jahren gelingt das nicht mehr. Die Qualität nimmt ab und ab 40 Jahren nimmt die Qualität ganz deutlich ab. Das heißt, die Eizellen sind nicht mehr so gut in der Lage, sich zu teilen. Und damit sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen und die Fehlgeburtsrate steigt auch an. Also die Fruchtbarkeit kann definitiv verbessert werden, wenn ich aufhöre zu rauchen und den Nikotinkonsum deutlich reduziere. Auch hohe Alkoholmengen sind schädlich, das ist auch bekannt. Und Drogen, Cannabis ist auch schädlich, das wissen wir. Wer fünfmal am Tag, das ist bekannt, Obst, Gemüse etc. isst, genug Sport die Woche treibt, lebt eigentlich gesund genug. Das Problem ist aber, dass nicht jeder so gesund lebt und damit natürlich auch tatsächlich ein Mangel von bestimmten Substanzen eintreten kann. Und da ist ein typisches Beispiel die Folsäure. Wenn ein Folsäuremangel vorliegt, dann habe ich natürlich erhöhte Risiken, dass das Kind zum Beispiel eine Spaltbildung der Wirbelsäule bekommen und Folsäuremangel soll auch die Fruchtbarkeit reduzieren. Das ist ein Beispiel dafür, dass ein Nährstoffmangel auch Nachteile haben kann. Ich kann das ausgleichen, indem ich sehr gesund lebe, Blattsalat enthält viel Folsäure oder ich nehme einfach eine Folsäure-Tablette. Ein exzessiver Stress führt dazu, dass kein Eisprung stattfindet, die Periode ausbleibt. Dann reduziert es natürlich die Fruchtbarkeit. Wer aber Stress hat und noch eine regelmäßige Periode hat, der wird sicherlich durch den Stress nicht eine reduzierte Fruchtbarkeit haben. Es wird häufig gesagt, dass die Fruchtbarkeit beim Mann abnimmt. Große, gute Studien sagen aber, dass dem wahrscheinlich nicht so ist. Die Fruchtbarkeit der Männer nimmt vermutlich nicht ab. Es ist vielmehr so, dass auch die Männer älter werden bei dem Kinderwunsch. Und ein Mann, der ungefähr 45 bis 50 Jahre alt ist, hat nur noch halb so viele Spermen, halb so viele gute Spermen wie ein Mann mit 20 Jahren. Und ich denke, das ist der Hauptgrund. Diese ganzen anderen Dinge, die immer in Diskussion sind, Saunabesuche, enge Hosen etc., die spielen vermutlich keine Rolle. Das einzige, was eine große Rolle spielt, sind sicherlich Anabolika, sprich Testosteron für das Fitnessstudio. Das ist ein Problem. Auch Drogen sind ein Problem. Aber ansonsten gibt es wahrscheinlich keine Ursachen, die dazu führen, dass die männliche Fruchtbarkeit abnimmt. Der beste Zeitpunkt, schwanger zu werden, liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Bis 35 Jahre ist auch noch gut und dann wird es schlechter. Der Zeitpunkt im Verlauf des Menstruationszyklus, der beste Zeitpunkt dort, ist ein Tag vor dem Eisprung. Das heißt, bei einem 28-tägigen Zyklus am Tag 13, weil am Tag 14 der Eisprung stattfindet. Dann hat man idealerweise Verkehr am Tag 11 und 13. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, den Zeitpunkt vorauszurechnen. Aber da gibt es inzwischen gute Hilfsmittel. Es gibt so kleine Computer, mit denen man den Eisprung voraus berechnen kann und kann dann den besten Zeitpunkt treffen. Also aus meiner Sicht ist es ein Mythos, dass man das Geschlecht des Kindes beeinflussen kann. Es gibt natürlich Untersuchungen, dass die in Anführungszeichen weiblichen Spermien länger leben und in Anführungszeichen männlichen Spermien dafür aber schneller sind und dass man dadurch den geschickt geplanten Geschlechtsverkehr vor dem Eisprung das beeinflussen kann. Praktisch real ist es aber nicht so. Also man kann das Geschlecht nicht beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit, ein Junge oder ein Mädchen zu bekommen, ist einfach grundsätzlich immer wieder circa 50 Prozent.